Wir sind in Bayern, da sagt man grüßt euch. Willkommen zu einer Vlogserie von Skalpline Vlog. Ihr dürft jetzt in dieser Serie, die wir die nächsten Wochen hochladen werden, ein bisschen hinter die Kulissen beim Skalpline schauen, mich ein bisschen privat erleben, wie ich bin, wo ich lebe, was ich in meiner Freizeit mache und ihr dürft jede Woche eine Serie, eine Vlogserie von mir sehen und von Skalpline. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Videos kommentieren würdet. Die Videos kommen alle auf unser YouTube-Channel, Skalpline.Lanzfurt. Ich freue mich über jedes Kommentar, ob es euch gefallen hat oder nicht. Vielleicht habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr auch gerne Fragen stellen. Ihr könnt gerne auch kommentieren, was ihr noch gerne so vom Skalpline oder von mir so hinter die Kulissen noch erfahren möchtet, was euch interessiert. Also in diesem Skalpline Vlog geht es jetzt nicht um die Perfektion. Ganz im Gegenteil. Hier möchten wir euch mitnehmen und zeigen, was für Pannen und Pleiten uns auch passieren. Wir sind nämlich auch nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Könnt ihr bei uns in den Alltag reinschauen und gucken, was für Fehler eben uns auch passieren. Also wie gesagt, wir sind auch nicht fehlerfrei. Ich freue mich total auf diese neue Vlogserien. Das ist für mich auch ein neues Erlebnis. Das habe ich auch noch nie gemacht und ich bin schon ganz, ganz neugierig und gespannt, was zum Schluss da rauskommt. Wie immer, dieses Mal ist auch Jawus Media mein Ansprechpartner gewesen für die Video Vlogs. Kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn schon, dann schon. Ein bisschen Werbung muss das sein. Weil wenn jemand gut ist, muss auch gelobt werden. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Wir sehen uns vielleicht mal persönlich bei mir im Sculpline Studio.